Meine Damen und Herren, das ist meine Mini-Kollektion, die ich in drei Tagen gehegelt habe und ich ziehe sie jetzt für euch an. Dieses Top habe ich mitten in der Nacht in drei Stunden fertig gehegelt. Es ist bei den Bubis ein bisschen gewagt, aber ich finde es mega schön. Oh mein Gott, ich liebe dieses Oberteil und auch wie es sitzt, es gibt mir so Insel-Vibes. Und ich habe mich auch in dieses Blumen-Oberteil verliebt. Ich werde definitiv was anderes darunter tragen. Und dann kommen wir auch schon zu meinen Schleifen, einmal die pinke und die weiße. Ich habe dann noch so zwei süße kleine Schleifen in schwarz und grün gehegelt. Die Mini-Kollektion werde ich mit nach Talent nehmen, was ist euer Favorite?